Hallo zusammen, ich brauche heute mal euer Feedback, das Feedback von all denen, die in den letzten Jahren einen Schnelltest, einen Drogenschnelltest im Straßenverkehr gemacht haben. Ich habe dazu am 24. Februar, letzte Woche Mittwoch, im Verkehrsausschuss als Sachverständiger ausgesagt, wie unwürdig ich das finde mit diesen Schnelltests, besonders die Urinschnelltests und das zeige ich euch kurz. Ich möchte nochmal kurz schildern, wie denn so eine Verkehrskontrolle bei Cannabiskonsumenten abläuft. Die haben ja nicht, wie bei Alkohol, dass man da einen belastbaren Alkohol-Atem-Pustetest hat, der vom Eingriff her relativ überschaubar ist. Man pustet da und hat ein belastbares Ergebnis, sondern in der Regel werden Urinkontrollen gemacht, was halt eine extrem erniedrige Prozedur ist für die Betroffenen. Die haben natürlich oft keine Toilette in der Nähe, die müssen sich dann in irgendeinen Busch verziehen oder so und da in den Becher pinkeln. Oft ist die Polizei steht noch daneben und guckt, ob da irgendwie gefakt wird oder so. Also tatsächlich ein Massenverfahren an Polizei guckt Leuten beim Pinkeln zu. Daraufhin hat eine Abgeordnete, Bundestagsabgeordnete der SPD, Kirsten Lühmann, geantwortet, die ist selbst Polizistin aus Niedersachsen und stellt die Sache ganz anders dar. Zuerst finde ich es sehr schön, dass Dieter Müller einige Aussagen von Herrn Wurt klargestellt hat, weil ich es schwierig finde, dass man persönliche Erfahrungen, die es mit Sicherheit gibt, das würde ich überhaupt nicht bestreiten, verallgemeinert. Und ich steuere dann auch noch ein paar eigene Erfahrungen bei als Polizeibeamtin, dass jemand eine Urinprobe in freier Wildbahn abgibt und jemand zusieht. Halte ich für hoch problematisch und habe ich in Niedersachsen nie erlebt. Insbesondere, wenn es sich um Frauen handelt, glaube ich, ist die Grenze zur unwürdigen Behandlung sofort überschritten. Brauchen wir überhaupt nicht zu diskutieren. Und darum kann ich mir nicht vorstellen und ich kann es für Niedersachsen zumindest für die 27 Jahre, die ich da Dienst gemacht habe, ausschließen, dass sowas passiert ist. Wenn was bei uns erforderlich war, sind wir immer auf die Wache gefahren und haben das Ganze in einer Toilette gemacht. Ich habe gesagt, nochmal, ich schließe nicht aus, dass es solche Fälle gibt, aber sie haben dargestellt, als wäre das der Regelfall. Und zumindest für die Bundesrepublik möchte ich das hinterfragen. Das finde ich ja nebenbei gesagt auch ganz schön sexistisch. Warum soll das jetzt weniger problematisch sein, wenn Polizisten Männern beim Pinkeln auf den Sch*** gucken? Gut, aber darum soll es hier nicht gehen. Die Frage ist, lag ich falsch mit meiner Schilderung? Lag Frau Lühmann falsch? Könnt ihr uns updaten, mich oder sie? Bitte gebt uns euer Feedback. Alle die, die in den letzten Jahren einen Drogenschnelltest im Straßenverkehr mitgemacht haben, bitte einmal kurz folgende Fragen beantworten. Wo ist euch das passiert? In welchem Bundesland? Seid ihr vor dem Schnelltest aufgeklärt worden, dass der freiwillig ist oder dachtet ihr, ihr müsst den machen? War das ein Urintest oder war das ein Schweiß- oder Speicheltest? Wenn es eine Urinprobe war, habt ihr die auf einer Toilette abgegeben oder musstet ihr irgendwo anders Wasser lassen? Und seid ihr beim Wasserlassen intim beobachtet worden? Wenn ja, wie habt ihr euch dabei gefühlt? Diese Erfahrungsberichte in möglichst großer Menge von allen, denen das passiert ist, werden uns weiterhelfen. Entweder mir, weil ich ein Update kriege und lerne, dass es doch alles nicht mehr so schlimm ist. Oder Frau Lühmann kriegt ein Update für die Realität. Wir werden sie dann entsprechend auf dieses Video hinweisen und auf eure Kommentare. Also los, her mit eurem Feedback und euren Erfahrungen zu eurem Drogenschnelltest im Straßenverkehr hier in die Kommentare. Also los, her mit eurem Drogenschnelltest im Straßenverkehr hier in die Kommentare.